Das ist für mich so ein Live-Erlebnis. So, Achtung, Roland, wir sind live. Sie sehen, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem heutigen Hangout on Air hier bei Immobilienscout24. Wir haben heute das Thema die perfekte Makler-Homepage. Sie sehen, wir sind schon tief in den Diskussionen. Mein Name ist Christiane Lehmann und ich bin bei Immobilienscout für die Social-Media-Kommunikation mit Ihnen, den Maklern, verantwortlich. Meine Gäste sind Christoph Bernpol, Makler aus Siegburg und wie immer Roland Kampmeier, Makler aus Köln. Die Herren stellen sich dann gleich selber vor. Vorher noch ein kleiner Hinweis. Wenn Sie mit Ihrer Maus in den linken Bereich gehen, öffnet sich dort eine Navigation. Und wenn Sie da auf das vierte Symbol klicken, da steht Q&A drauf und dann scheint auch so ein kleines Ding, wo Fragen steht. Wenn Sie da draufklicken, öffnet sich rechts die Fragenfunktion und dort können Sie dann eben während des Hangouts Fragen stellen. Und das gilt für alle, die sich mit einem Google-Plus-Profil eingeloggt haben. Ja, kurz eine Einordnung, bevor ich an meine Gäste abgebe. Vor wenigen Wochen hatten wir ein Hangout zum Thema Online-Strategien für Makler. Und da war eigentlich das Ergebnis unserer Experten, dass die Makler-Homepage der Mittelpunkt der Online-Strategie ist und das Zuhause des Maklers darstellt. Und deswegen wollen wir uns heute diesen Mittelpunkt angucken. Und meine beiden Gäste erzählen jetzt, welche Ziele sie mit ihrer für sie perfekten Homepage verfolgen. Willst du anfangen, Christoph? Und sag nochmal ein, zwei Sätze zu dir und dann erzählst du, warum deine Homepage für dich perfekt ist. Ja, kann ich machen. Christoph Rampel ist mein Name. Ich arbeite in Siegburg. Das ist ja nun mal in der Nähe von Köln. Roland und ich, wir kennen uns ja auch nun mal aus dem Umfeld. Das heißt, so Süddeutschland und Norddeutschland holen wir jetzt einfach digital mit ins Boot. Und sprechen über, ja, was haben wir heute vor? Unsere Webseiten, ne? Und ja, die große Frage, die vorab steht oder wir auch zwischen den Zeilen schon gelesen haben, da werde ich gefragt, warum ich denn keine Angebote bei mir drauf habe. Und ich glaube, so die perfekte Makler-Homepage, das ist eine Überschrift, die muss erstmal jeder für sich selber finden. Weil die perfekte Homepage gibt es natürlich nur für den passenden Betrieb dazu. Wir können also nicht verallgemeinern, was jetzt die beste Seite ist. Ich habe das für mich so gefunden, dass ich mir erstmal überlegt habe, was will ich denn mit meiner Webseite überhaupt anstellen. Es gibt ja unterschiedliche, ich sag mal, so Zielgruppen, die man damit ansprechen will. Der eine macht eine Webvisitenkarte, der nächste will halt einen Blog schreiben, der dritte sagt, ich möchte gerne Informationen bereitstellen. Der nächste will verkaufen. Da sind wir schon beim Punkt, was verkauft denn der Makler, habe ich mich gefragt. Und unterm Strich kam ich zu dem Ergebnis, ich verkaufe ja keine Immobilien, sondern ich verkaufe meine Dienstleistung. Und dann habe ich mir überlegt, wen will ich mit meinen Internetauftritten denn überhaupt erreichen. Und die Zielgruppe dazu ist für mich ganz klar, das sind erstmal diejenigen, die meine Kunden werden sollen. Und jemand, der eine Immobilie sucht, ist ja vielleicht noch gar nicht Kunde, sondern Interessent. Kunden sind ja in meinen Augen erstmal die, denen ich auch eine Rechnung schreiben darf. Und da steht bei mir ganz klar vorne, der Eigentümer, also der, der verkaufen oder vermieten oder vielleicht auch bewerten will, der soll mein Kunde werden und den will ich damit ansprechen. Dann dachte ich mir, wie mache ich das am besten? Und dann setzt man sich hin, entwickelt und tüftelt ein bisschen selber. Und die Idee, die dann dabei entstanden oder rausgekommen ist, die ist jetzt online. Und ich glaube, die Zuhörer haben meine Seite auch alle schon geklickt. Ich sehe das hier an den Zugangszahlen. Das geht auf einmal in die Höhe. Roland, sag du mal was. Ja, aber warte, vielleicht dann doch nochmal die Frage, weil es tauchten ja auf Facebook schon Nachfragen auf, wie kann der denn die perfekte Homepage repräsentieren, wo da überhaupt keine Objekte sind? Was hast du dir dabei gedacht? Also wie ist deine, also jetzt so kurz wie möglich, wie ist deine Online-Strategie, wo sind eigentlich deine Objekte? Weil das ist ja die große Frage, die sich ja alle stellen. Und wieso sind sie nicht auf deiner Homepage? Weil für die meisten ist das ja der Ort, wo die genau zu sein haben. Also für mich ist die Internetseite ein zentrales Akquise-Instrument. Das heißt, ich spreche Eigentümer damit an. Und meine Angebote sind da, wo man Angebote sucht. Wenn jetzt ein Interessent auf den Markt geht und sagt, ich möchte gerne eine Wohnung mieten oder ein Haus kaufen, dann kennt er meinen Namen ja gar nicht. Sondern unterm Strich entscheidet das Angebot. Und derjenige sucht da, wo es Angebote gibt. Also in den Portalen, bei Zeitungen, wo auch immer. Und der muss mich ja erstmal kennenlernen. Also um es zusammenzufassen, um es nochmal zu verstehen. Du möchtest erstmal deinen Namen, deine Marke sozusagen bekannt machen. Die Leute sollen dich finden. Und du gehst dann im nächsten Schritt davon aus, und du stellst Informationen bereit, und du gehst davon aus, dass die Eigentümer dich dann kontaktieren. Weil ohne Vergleichsobjekte gesehen zu haben. Das ist ja das wahrscheinlich, was die anderen damit erreichen wollen. Dass sie da Vergleichsobjekte haben. Ja, so soll das sein. Die Idee dazu, die entstand auch aus dem Thema Bestellerprinzip. Das heißt, wir kommunizieren ja auf der Webseite ganz genau. Wir wollen da Anfragen generieren für diejenigen, die eben die Angebote bekommen wollen, bevor die auf den Markt fallen. Also wir geben ganz klar raus, wer sich bei uns meldet und einen Suchwunsch hinterlegt, dann eben auch den Markt da bestellt, um Angebote zu finden. Die wollen wir abgreifen, bevor die auf den Markt gehen und sich die Angebote selber anklicken. Okay, das heißt, die Suchenden kommen übers Portal oder auch die nehmen zu dir Kontakt auf. Und das ist ja ein sehr selbstbewusstes Herangehen. Ja, diejenigen, die wirklich suchen, die tun das auch. Und wir haben seitdem gemerkt, dass die Leute sehr viel bereiter sind, Suchwünsche zu hinterlegen. Angefragt hat man ja schnell. Aber wer ernsthaft sucht und qualifiziert, ich sag mal, Vorstellungen dafür hat, wie er gerne wohnen möchte, der ist bereit, die auch zu kommunizieren. Und die kriegen wir eben per E-Mail, per Anruf, wie auch immer. Und holen die Leute nicht mit einem Angebot ab, sondern kommen ganz einfach ins Gespräch und können viel mehr darüber reden, wie die Leute gerne wohnen möchten und fahren dann noch explizitere Selektionen. Okay. Roland, dann kommen wir vielleicht an dieser Stelle zu dir. Zur Erleichterung für alle, du hast Immobilien auf deiner Seite, aber welche Ziele verfolgst du? Was ist das Besondere bei dir? Ich habe in der Vorbesprechung gesagt, eigentlich dürfen wir diesen Hangout nicht machen, weil die perfekte Makler-Homepage gibt es nicht. Also das ist schon mal Punkt eins. Perfekt definieren wir, glaube ich, alle irgendwie anders. Ja, wir haben Immobilien auf unserer Seite, weil ich eben versuche, mit meinem Unternehmen einen anderen Ansatz zu verfolgen. Ich kann aber den von Christoph absolut nachvollziehen. Also ich glaube, das eine schließt tatsächlich das andere nicht aus, weil wir ja sehr früh mit diesem ganzen Thema Vermarktung, Image, Akquise uns beschäftigt haben und gesagt haben, alles hat ja irgendwie eine Verbindung. Und ich habe ja mal zu den Kundendefinitionen gesagt, die es Land auf, Land ab gibt. Also was ist eigentlich der Kunde des Maklers? Da gibt es ja stundenlange Diskussionen drüber. Ich habe dann immer mal gesagt, naja, also für mich gilt, ich weiß nicht, wer wer ist und vor allen Dingen nicht wann. Also die Situationen der Menschen verändern sich ja von Nachfrager zu Auftraggeber zu Empfehlungsgeber zu Geschäftspartner und dann geht er wieder zurück in eine andere Situation hinein. Das macht das, glaube ich, so schwierig, weil wir würden es uns so einfach machen, wenn wir wirklich unseren Kunden ganz genau definieren können. Das ist zumindest meine Überzeugung oder das ist meine Grundlage, die ich genommen habe und auch unsere Online-Strategie letztendlich auf den Weg zu bringen. Das heißt, also um meine Fragen zu beantworten, klar, wir haben Immobilien, weil ich glaube, dass ich die Leistungsfähigkeit meines Unternehmens anhand der Immobilienpräsentation auf meiner Internetseite, und das ist auch ein ganz klarer Schwerpunkt, zeigen kann. Weil Google Analytics ist dein bester Freund. Ich weiß ja, woher die Leute, warum zu mir kommen. Da ist einfach die Situation gegeben, dass sie sich vor allen Dingen natürlich bei den Immobilienangeboten tummeln. Jetzt könnte der Christoph, geschickt wie er ist, sagen, ist ja kein Wunder, weil die reduzierten Inhalte, die der Roland bringt im Bereich Verkauf oder Vermietung beispielsweise, die laden auch nicht unbedingt dazu ein, dass ich mich stundenlang auf diesen Unterseiten tummle. Das ist aber momentan insgesamt schon mit Absicht so geplant und gebaut gewesen, weil wir einfach sagen, wir sind hier in einer Großstadt in Köln, wir haben einen, die, die regelmäßig so ein Hangout gucken, wissen das, kampfmeier.com slash live, da kann man die Leistungsdaten unseres Unternehmens auch quasi in Echtzeit einsehen, also man sieht eben... Gucken uns gleich ein noch. ...genau, wie viele Kaufverträge, Mietverträge und so weiter wir machen. Und im Grunde genommen ist diese Live-Seite ein Ergebnis meines Denkens, und deswegen hat die Seite eben die Struktur, weil ich glaube, als Immobilienmakler muss ich versuchen, einen möglichst breiten Rahmen abzustecken und um nochmal auf das Perfekt zu gehen, also wenn du mich jetzt auch gefragt hättest, Roland, das ist für dich die perfekte Website, nochmal ganz klar, es gibt sie nicht und ich bin auch mit meiner eigenen längst nicht fertig, bin auch mit meiner eigenen an ganz vielen Stellen längst nicht zufrieden, sondern das ist ein... Früher habe ich immer gedacht, man macht eine sogenannte neue Webseite, man redet ja immer gerne darüber, sagt so, jetzt machen wir eine neue Webseite, die letzte hat dann drei Jahre gebraucht, bis sie irgendwann live war und die Veränderung, die laufenden Updates-Verfahren, wir haben jetzt beispielsweise bei uns in der Entwicklung allein drei Updates in der Programmierung, im Vorlauf, die aber vermutlich, weiß nicht, in den nächsten sechs bis neun Monaten dann sukzessive halt auf der Seite dann ihre Entwicklung finden werden, also lange Rede, kurzer Sinn, du bist nie fertig. Gut, also das ist das eine, also was sind die Learnings? A, es gibt keine perfekte Homepage, sondern es gibt nur die perfekte Homepage für jedes Geschäftsmodell, das heißt, jeder muss das, worüber wir jetzt im Folgenden reden, für sich adaptieren und für seine Strategie adaptieren, das ist das eine Learning, dann die perfekte Homepage ist ein Turmbau, der nie aufhört, also man ist ständig dabei zu optimieren und was auch schon angeklungen ist bei Roland, und ich weiß auch, dass Christoph das tut, die Erfolgsmessung, das war ja auch gerade schon ein Punkt, dass Roland zum Beispiel gesagt hat, ich weiß, dass auf den und den Seiten, Unterseiten sich die meisten Suchenden tummeln, und ich weiß ja auch, Christoph, du hattest mir das auch im Vorgespräch gesagt, dass du ja auch messen kannst, also nochmal ganz kurz zum Abschluss des ersten Punktes, dass dein ja gewagtes Modell, die Seite, die Maklerseite ohne Immobilien, dass das auch klappt, du kannst ja messen, dass sich die Zielgruppe extrem lange auf deinen Seiten auffällt, hast du gesagt. Ja, wir machen das nicht über Google Analytics, sondern haben da ein anderes Tool für, und unterm Strich sind aber die Ergebnisse die gleichen, das heißt, wir können Zugriffszahlen sehen, wir können rausfinden, wie sind die Leute bei uns angekommen, was haben die also an Suchbegriffen eingegeben, bei Google beispielsweise, wir lesen, welche Seiten die Leute sich angeguckt haben, wie lange sie da waren, wir können unterscheiden zwischen Verweildauer und Aktivitätszeit, also ob zugehört wird. Ja, lass uns ruhig auf den Punkt hinterher nochmal genauer eingehen, aber erstmal wollte ich einfach sagen, genau das, was du mir gesagt hast, du hast ja gesagt, dass der durchschnittliche Nutzer, ist das wirklich wahr, eine halbe Stunde bei dir auf der Seite ist? Ja, 20 bis 25 Minuten. Allerdings ist das nicht die Aktivitätszeit, sondern die Seite, wie er sich auf der Seite irgendwas, ich sag mal, anhört oder liest. Aktivitätszeit bedeutet, er bewegt die Maus und klickt irgendwas. Da sind wir bei 6 bis 7 Minuten im Durchschnitt. Was relativ viel ist, bei uns sind wir bei knapp 4 Minuten. Aber das ist ja vielleicht auch logisch, dann dadurch, dass sich hauptsächlich, also dass der Nutzer sich wirklich dann damit beschäftigt, dass auch eben nicht die Objekte da sind, die man vielleicht schneller gesichtet hat, dass man wirklich Texte lesen muss. Und das heißt aber auch, dass dann, also würde ich so deuten, dass deine Idee tatsächlich auch funktioniert, ne? Dass die Leute sich so intensiv mit den Inhalten auseinandersetzen. Ja, wir haben halt zwei Sachen ganz oben, die wir damit erreichen wollen. Das erste ist, wir brauchen Leads, das heißt, die Leute sollen sich melden bei uns. Und das zweite ist, die sollen sich möglichst lange mit unseren Sachen beschäftigen. Und die Verweildauer von den Besuchern, da muss man ja zu animieren. Und so sind wir dazu gekommen, Podcasts zur Verfügung zu stellen oder dass die Seite einem was vorlesen kann oder so. Und wenn dann einer auf Play drückt und sich das Ganze erstmal anhört, dann ist er ja schon mal zwei Minuten da, wenn er einen Clip gehört hat. Und dann liest er vielleicht noch das eine oder andere und dann ist er ja da. Ziel muss natürlich sein, dass er anfragt. Wir müssen nur vielleicht ganz kurz, weil wir haben ja gerade erst angefangen und wir sind jetzt schon bei Verweildauer und solche Dinge, was ich relativ schwierig finde, weil ich würde jedem, der vielleicht auch am Anfang einer Webseite steht, wäre mir das ehrlich gesagt erstmal egal. Weil, wenn man sich anschaut, was in der digitalen Welt los ist, dann ist es ja so, wir konkurrieren eben ja um die Online-Zeit der Menschen, die da irgendwie an Rechnern unterwegs sind. Und das heißt, diese Online-Zeit wird immer knapper, weil das Angebot immer größer wird an Möglichkeiten, wie ich mich online beschäftigen kann. Und wenn der Christoph diese Zugriffszahlen hat, dann ist das Granate, weil man da natürlich sich in so einen Podcast versinken kann, wenn man so will. Aber ich glaube, wir sind dann genau da an dem Punkt, dass dann zum Beispiel ein anderer Kollege, der sagt, ich habe nicht so eine tolle Stimme wie Christoph, dass der dann sagt, ich kann aber jetzt keinen Podcast produzieren oder ich habe vielleicht auch das Equipment gar nicht zur Verfügung. Also lasst uns ja vielleicht einfach mal die Grundlage finden. Und wenn man dann ein paar Jahre mit seiner Seite irgendwie unterwegs ist, dann kann ich gerne auch darüber nachdenken, zu optimieren die Verweildauer eines Menschen auf meiner Seite. Wenn der bei mir nur zehn Sekunden drauf ist, aber einen total geilen Eindruck von meiner Startseite zum Beispiel bekommen hat, dann ist mir das ehrlich gesagt scheißegal und dann finde ich auch, es reichen mir auch die zehn Sekunden. Genau. Es ging mir eigentlich auch nur im Prinzip darum, dass, weil es, ich denke, weil es eben viele Skeptiker gibt, die eben, ja, Christophs Strategie schwer glaubhaft finden. Und da wollte ich ihm einfach nur einen zeigen, dass es eben durchaus auch Beweise dafür gibt, dass es klappt. Ich denke, wir sollten uns im nächsten Schritt vielleicht auch mal eure Seiten angucken und darüber sprechen. Und dass wir dann sozusagen ein bisschen jetzt von der Überebene, von der strategischen Ebene dann tatsächlich, ja, uns angucken, wie sind die Seiten aufgebaut, was habt ihr euch dabei gedacht, was ist euch wichtig und welche Inhalte habt ihr auf euren Seiten? Wir hatten ja gerade schon gehört. Der Podcast, also eine Art, vielleicht Podcast ist ein gesprochener Text in dem Fall, den Christoph da auf der Seite hat. Ja, sollen wir einfach mal in eure Seiten springen? Wer möchte die Seiten aufrufen? Christoph? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut, den Browser. Ja, den Browser. Schauen wir mal. So, jetzt geht's los. Ja. Kannst du die Seite noch auf groß stellen? Du hast die so auf halb groß. Ja, das müsste so funktionieren, ne? Ja, also der Bildschirm. Aber ist okay. Ich glaube, man kann schon alles ganz gut. Oh, da hat jemand sein Handy nicht abgestellt. Da hat jemand sein Handy nicht abgestellt. Ich bin aber nicht in diesem blöden Mac, was neuerdings meine Telefonate annimmt. So, Roland. Deine Seite. Ja. Was hast du dir dabei gedacht? Also wenn man erstmal drauf guckt, was unterscheidet sie von deiner alten Seite? Was ist so modern? Also ich finde erstmal diese großen Bilder. Genau, also wir haben ja etwas gemacht. Der Christoph scrollt ja gerade so durch, weil ja wir die Situation haben, dass dieses Thema so oder so gegeben ist, auch auf den Unterseiten, dass man ja heutzutage auf modernen Webseiten runterscrollen kann, bis das der Arzt kommt. Das hört ja quasi nie auf, ne? Früher ist man ja relativ schnell in Untermenüpunkte gesprungen. Heute ist es ja eben so, dass die meisten auch intuitiv inzwischen das erleben, dass man eben sich da nach unten wegbewegen kann. Was mir wichtig war, ist, dass das Visuelle einfach stärker zunimmt, das heißt, wenn der Christoph mal gerade so ein Stück weit runterscrollt, also dass wir einladen, einmal natürlich so Newsblock-Themen, wir wissen das aus unseren anderen Hangouts, ganz wichtige Sache, wenn es ja darum geht, eben auch die Seite entsprechend zu positionieren, aber dann auch relativ schnell eben so dieses Intuitive zu erreichen, dass man hier zum Beispiel Neubauprojekte von uns sieht, also Projekte, wo wir aktiv in der Vermarktung sind oder die wir gerade abschließen und dann gleichzeitig eben so die Quadratur des Kreises zu erreichen und eben bestimmte Immobilienangebote zufällig reinsortiert, immer wechselnd, also damit das nie gleich aussieht, eben noch da drunter zu haben. Der eine oder andere findet darüber den Einstieg. Für den Kunden, den der Christoph eben so schön beschrieben hat und der für mich natürlich genauso elementar wichtig ist wie für Christoph auch, also für den nächsten Auftraggeber, kann das manchmal schon reichen. Also wir fragen ja immer, woher kommst du? Und dann sagt er ja, ich habe gegoogelt, dann war ich irgendwie mal bei euch, dann habe ich mir die Seite angeguckt und dann fand ich die total gut und wenn man dann nachfragt, ist das durchaus auch der eine oder andere, der einfach nur auf dieser Startseite war. Oben der Slider hat dann auch nochmal die Thematik, im Moment sind drei Slider eben geschaltet, das heißt wir gehen hier hin und geben hier noch zusätzliche Informationsmöglichkeiten, also ich kann hier durchklicken und der nächste Slider, also Marktbericht beispielsweise oder eben. Vielleicht kann Christoph ja mal klicken. Genau, er versucht gerade oder sonst nimm den Pfeil da rechts, Christoph. Die Ladezeiten sind nicht mehr so ein Problem wie früher. Früher hätte man das ja nicht gemacht, ne? Hätten wir eine halbe Stunde Kaffee trinken können, aber das ist zum Beispiel auch so, das sind ja übrigens Dinge, die in der Technik passieren und die heute nicht sichtbar sind. Wir sind zum Beispiel laufend daran, seit wir mit der neuen Website, also jetzt seit über einem Jahr am Start sind, Ladezeiten, Stichwort eben noch weiter zu verringern, damit eben diese Absprungraten auch so wenig wie möglich sind. Jetzt kommt zum Beispiel das Immobilienmagazin da reingeflogen, wenn das eben neu erscheint. Also hier gibt es die Möglichkeiten, gleichzeitig kann ich aber eben oben in der Menüleiste, also oben drüber, auch versuchen mich relativ schnell zu orientieren. Das heißt, wenn ich da mit der Maus einfach von links nach rechts drüber gehe, dann bin ich halt eben in diesen verschiedenen Themen drin und wenn wir eben bestimmte Themen neu spielen, dann haben wir zum Beispiel bei Wir für Sie, weil es da Neuigkeiten gibt, weil wir gerade zwei Stellen suchen, dann ist dahinter auch ein Neu, also um auch nochmal auf diesen Menüpunkt vielleicht irgendwie aufmerksam zu machen und eben zu sagen, okay, darum geht es jetzt. Ganz oben rechts war mir sehr wichtig die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer. Telefonnummer. Ich gehe mal, wenn ich auf einer Webseite bin, ich habe mich schon bei ganz vielen Webseiten, also ich meine, das ist total Banane, aber ich habe mich schon zum Schänzchen gesucht, wenn ich da irgendwo anrufen wollte und ich finde keine Telefonnummer. Christoph, wollen wir mal ganz kurz zu dir springen, weil du hast die Telefonnummer ja auch noch zentraler, wenn man so möchte, ne? Ja, ich habe sie einmal hier oben in der Kopfzeile drin, wo man auch die ganzen Social Media Kontakte hat. Einmal mittendrin als Call-Text-Bereich, weil ich halt sage, ich möchte Leads generieren, die Leute sollen mich kontaktieren, indem man die Seite besucht und an Informationen gibt es letztendlich darüber, wer ich bin und was ich für die Leute tun kann und unterm Strich bei jeder Seite, die man aufruft, ist unten immer die Kontaktmöglichkeit gegeben. Also bei dir mitten im Bild. Wir wurden sehr schön bei Christoph, State of the Art, also dieses Thema, dieser Live-Hintergrund, also die Menschen, die gerade beim Christoph natürlich nicht im Büro sitzen, sondern die sich da bewegen, das ist ja auch, das kennt man auch aus einigen Apps heraus mittlerweile, dass, also die Webseite lebt. Also wenn man zusammenfassen darf, habt ihr beide, also beide Webseiten sind sehr modern, indem sie eben mit großen Bildern spielen, die auch wirklich, in dem Fall sogar bewegt Bild, also auch Leben auf die Seite bringen, eine Möglichkeit, die es eben wegen der Ladezeiten vor ein paar Jahren noch gar nicht gab. Ihr nutzt auch die ganze Bildschirmfläche, also es ist auch nicht mehr wie früher, dass man in der Mitte sozusagen so eine kleine, die Webseite hatte und dann diesen großen Rahmen drumherum, sondern ihr nutzt wirklich die gesamte Bildschirmfläche und das ist ja auch so ein bisschen abgeguckt. Ich glaube, am Anfang war es ja so, dass Blogs so aussahen und dieses klare, aufgeräumte, wo man wirklich auch, weil ich glaube, Webseiten in den letzten Jahren waren ja auch, wurden ja immer zugestopfter, also sehr kleinteilig. Ich zum Beispiel, wenn ich mal zeigen darf, habe hier die Schufa mal, die Schufa mir rausgesucht, als Webseite, die bestimmt jetzt nicht schlecht ist, aber schon ein paar Jahre alt. Wo ist sie? So, seht ihr die? Die Schufa? Jo. Und da sieht man ja den Unterschied zu eurer Seite, also kleine Bilder, kleine Schrift und die Seite ist bestimmt auch durchdacht und nicht schlecht, aber wenn man dann eben eure Seiten dagegen sieht, ist das einfach schon nochmal ein ganz anderer Schnack. Ja, wir haben ja auch, Kriki, rechts bei den Fragen, ich glaube, Günther Link hat ja zum Beispiel geschrieben, ist viel Info gleich gut, die Frage steht da gerade schon, wo wir, glaube ich, schon auch am Eingang in der Diskussion waren. Also das ist ja genau das Thema, also zum Beispiel die Schufa wird sicherlich die Herausforderung haben, dass sie unglaublich viele Informationen unterbringen muss und deswegen natürlich auch vermutlich völlig darüber verzweifelt, wie man die denn platzieren kann. Aber ich glaube auch einfach, die Seite der Schufa ist wahrscheinlich vor fünf Jahren oder vier Jahren gemacht worden und wahrscheinlich dauert es jetzt noch ein oder zwei, die sind bestimmt auch schon dran. Man kann das unterbringen. Ja. Ihr habt ja auch viele Informationen. Ja, es ist halt eine Frage der Technik auf der einen Seite, also unsere Seite ist ja eine WordPress-Seite, ich glaube, bei Christoph ist das genauso. Ich glaube auch Mirko Kaminski, der auch hier im Chat ist, der auch sehr affin ist auf WordPress, ich glaube, das ist bei allen. Ja, der übrigens richtigerweise, Mirko weist richtigerweise darauf hin, dass es ein Sicherheitsproblem bei WordPress aktuell gibt. Genau. Ich möge freundlicherweise auch 4.0, vielen Dank Mirko, updaten, also die, die WordPress haben, wissen was damit anzufangen und sollten sich da natürlich drum kümmern. Ich wollte sagen, zu den Informationen, also man kann das a. nicht abschließend beantworten, b. ist es halt so, wenn ich als potenzieller Auftraggeber zum Beispiel für Christoph Bermpol ein bestimmtes Interesse habe, abends um 23.50 Uhr, dann muss der Makler, Christoph, dafür sorgen, dass der Typ, der gerade dieses besondere Interesse hat, und das weiß man leider immer nie, wann er das Interesse hat, dass der Typ vollumfänglich bedient wird. Und das ist genau das Thema, was man eben mit diesen Webseiten erreichen muss, also nicht nur beim Christoph, sondern auch bei Mirko, der übrigens eine ausgezeichnete Website hat, und vielen anderen auch, dass eben diese Informationen von mir aus auch stundenlang zur Verfügung stehen, weil wer sich das reinziehen will, finde ich, den sollte man nicht dran hindern, der soll es einfach machen. Bei der Startseite vielleicht noch ganz kurz, Kriki, weil du da eben das so ein bisschen verglichen hast, was ich ganz spannend finde insgesamt, in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen verändert, diese Social Buttons, also von Facebook, Instagram oder sonst was und Co., sind bei den meisten Websites inzwischen ganz nach unten gerutscht. Also Sie spielen zwar ja nach wie vor in der Verbindung eine Rolle. Ja, hier unten bei dir. Genau, dann sind Sie zum Beispiel dort. Ich glaube, beim Christoph ist das ähnlich, weil wir zwar diese Verbindungen ja spielen, auch dass man Blogbeiträge beispielsweise weitertransportieren kann, aber diese frühere Thematik, dass das irgendwie, genau, du hast es noch mehr reduziert, wenn man so will, die frühere Thematik, das ganz wichtig ist, dass oben rechts irgendwie steht, wie viele Millionen Menschen einem auf Facebook irgendwie folgen oder ähnliche Dinge oder welcher Tweet zuletzt. Das ist doch auch hier oben, ne? Also hier läuft das auch. Ja, die sind einfach ganz oben, die blättern sich dann aber weg und ganz unten sind sie auch nochmal. Also das ist eher so, finde ich, so in den letzten zwei Jahren ein bisschen mehr in den Hintergrund gerückt, was ich übrigens gut finde, weil wir reden ja auch über die Webseite, du hast das eingangs ja nochmal gesagt und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Digitale Heimat, Makler bei all den Veränderungen, die wir haben in der digitalen Welt, das hat nicht nur was mit Immobilienscout24 zu tun und deren Geschäftsentwicklung, das hat natürlich was damit zu tun, was Google macht in den nächsten Jahren. Und, 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 das könnte man jetzt endlos so fortsetzen, wer also nicht sich mit seiner Webseite und zwar laufend und ständig beschäftigt, als Teil seines Unternehmens, wird da über kurz oder lang sicherlich Schwierigkeiten. Wollen wir nochmal zum Aufbau der Seiten nochmal gehen, weil hier ist im Übrigen der Podcast, also das gesprochene Hörbuch von Christoph, versteckt sich hier, könnte man jetzt draufklicken, aber ich glaube, das schaffen wir jetzt. Das ist noch die Begrüpfung, das Hörbuch hat eine eigene Seite. Ach so, ah, okay. Aber, ähm, unterm Strich ist es so, dass man sich die Hanken machen muss, wie baue ich denn die Usability auf, also welches Layout... Sag doch mal kurz, was die Usability, also das ist die Nutzerfreundlichkeit, ne? Genau, und, ähm, an der Seite von Schufa findet man ganz klar dieses klassische Drei-Spalten-Layout, da ist betitelt, ich habe eine Navigation oben quer, ich habe die Sekundärnavigation in der linken Spalte, der Content ist in der Mitte und rechts habe ich, ja, hier sind jetzt Downloads, man sagt halt Call-to-Action, man will auf der rechten Seite in der Mitte die Augen haben mit dem Ausführenden, was man auf der Seite soll. Die meisten packen in dem Drei-Spalten entweder ganz rechts die Kontaktmöglichkeit hin oder vielleicht gerade irgendwelche, ich sag mal, Sonderangebote oder sowas. Ähm, ich sag, die Benutzerfreundlichkeit und das Design, das kriegt man nicht immer unter ein Fittich, das heißt, ähm, wenn man eine schicke Seite haben will, dann kann es durchaus sein, dass die Bedienung darunter leidet, weil wenn man meine Seite zum Beispiel betrachtet, wir haben ein relativ kleines Menü, so dass man sich erstmal da reindenken muss und danach geht eine riesengroße Auswahl auf und manch einer ist damit unterfordert, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, innerhalb der Seiten auch nochmal Themengebiet anzusprechen. Wer also die Seite besucht und jetzt zum Beispiel dahin klickt, der kann sich erstmal in sein Thema reindenken, was er denn überhaupt will und danach, dem ersten Klick, ist quasi alles andere ausgeblendet, also der Verkäufer, der klickt auf, ich möchte verkaufen und sieht dann den ganzen anderen Bereich gar nicht mehr und bekommt dann seinen eigenen Blickwinkel innerhalb der Seite. Bei mir sind über 100 einzelne Unterseiten auf der Seite verzeichnet, aber da kommt nicht jeder von überall dran, weil wir führen die Leute so ein bisschen durch die Menüs und sagen, okay, wenn du Käufer bist, muss sich das Ganze, was den Mieter interessiert, gar nicht interessieren, also dann muss er sich das nicht angucken. Also bei dir reift der Online-User quasi. Ja, der qualifiziert sich selber. In den 30 Minuten, die er bei dir auf der Seite ist. Ja, man merkt, die Seiten, die so lange aufgerufen werden, das ist entweder ist das Information... Oder Maklerkollegen. Das sieht man dann immer daran, wo die Leute herkommen. Ich meine, das sind natürlich alles nicht personenbezogene Daten, aber es ist schon interessant, was man da alles rauskriegen kann. So, also hier sehen wir, dass Roland das ähnlich gemacht hat, also auch hier ist natürlich die Navigation oben größer und etwas präsenter, dann auch hier wieder... Also es ist ganz lustig, dass ihr quasi am Ende das... Dass auch hier wieder eben der Bewegt, das Bewegtbild und auch wie Christoph, sozusagen hast du hier dann nochmal die Möglichkeit, dass du die Themen dann nochmal sozusagen von hier aus reinspringen kannst. Also eben mit dieser Schwierigkeit, die Christoph schön beschrieben hat, weil jeder kommt da mit ganz unterschiedlichen Intentionen. Man muss da auch ein bisschen ausprobieren. Also ich finde das auch ein bisschen schwierig, für sich zu definieren, was ist jetzt also eine gute Benutzerfreundlichkeit und was ist keine gute Benutzerfreundlichkeit. Also nur weil jetzt alle irgendwas in die eine Richtung immer bei Webseiten machen, weiß ich gar nicht, ob es denn immer so stimmt. Mir hat neulich zum Beispiel auch mal jemand gesagt, naja, also Dinge mit Ton auf der Internetseite, also zum Beispiel Christophs Podcast oder eben auch gar ein Video, was man ja mit Ton hören muss, damit man die Informationen hat. Das wäre ja gar nicht so gut, weil wenn die Leute heimlich am Arbeitsplatz am Surfen sind, beispielsweise, und klicken natürlich jetzt aus Versehen auf Christophs Podcast, dann werden sie relativ leicht und schnell identifiziert als zukünftige Immobilienverkäufer mitten während der Arbeitszeit. Also das geht jetzt, aber das ist ein Thema. Man hat auch die Möglichkeit, dann anzusprechen, wenn man solche Dinge installiert, ob die sofort beim Seitenöffnen losquatschen sollen oder ob man wirklich aktiv auf Play drücken kann, das kann man alles einstellen, aber es ist schon richtig. Man muss natürlich alle Varianten bedenken und man kann es unterm Strich auch kein Recht machen. Genau, so. Jetzt kommen wir also zum nächsten Punkt oder vielleicht um hier nochmal festzuhalten, was vielleicht auch so ein bisschen untergegangen ist, die Software, die ihr benutzt, die auch zum Beispiel der Mirko Kaminski benutzt, der auch eine gute Seite hat, ist WordPress. Das ist so die aktuellste ursprüngliche Blog-Software, die man aber eben auch zum Bauen von Webseiten einsetzen kann und die doch wohl so das modernste und auch nutzerfreundlichste ist, was es im Moment auf dem Markt gibt. Dann haben wir oben rechts eine Frage. Ist viel Info oder viel Info gleich, ist das immer gut? Hatten wir auch schon ein bisschen gestreift. Könnt ihr das auch nochmal zuspitzen als Antwort? Ja und nein. Also es gibt, ich weiß nicht, wie Christoph das sieht, aber mir sind manche Inhalte bei Christoph deutlich zu lang, mir sind manche Inhalte bei mir ganz deutlich zu kurz. Kann ja jeder, nochmal, wir sind bei dem Punkt, was ich eben gesagt habe, wenn du um 23.50 Uhr deine Frau verlässt und hast bestimmte Anforderungen, willst dich umfassend informieren, ist der Christoph die Granatenseite. Wenn ich der Immobilien suchenden Siegbuch bin, bin ich von Christophs Seite total enttäuscht, weil ich kein einziges Immobilienangebot finde. Und dann halt die Frage, ob ich dann, weiß nicht, Kittlaus eingebe aus Verzweiflung oder eben, ob ich da mal anrufe, aber wahrscheinlich nicht um 23.50 Uhr oder ich gehe davon aus, dass um 23.50 Uhr auch bei Christoph niemand ans Telefon geht. Und dann ist dieser Lead, wie auch immer wertvoll der jetzt sein mag, ist er weg. Wenn wir uns jetzt mal eben schnell richtig aufs Land beamen, wo du doch ja eben als Makler extrem darauf angewiesen bist, dass du überhaupt Nachfrage hast, dann wirst du auf deiner Website alles dafür tun, dass da es von Immobilienangeboten nur so kracht und von Kontaktmöglichkeiten und ähnlichen Dingen, weil du willst wahrscheinlich gar keinen, in der Eifel irgendwie, da willst du keinen Verkäufer mehr sehen, weil du weißt oder so nicht, wann du die Bude auch noch verkaufen sollst. Also, ich glaube, das Einzige, was man ja, glaube ich, sagen kann, ist, ja, es sollte eine WordPress-Seite sein, alles andere mit Typo 3 und was es dann noch so alles geben mag, halte ich für völligen Nonsens. Also, es sollte eine WordPress-Seite sein und man muss sich da vielleicht auch langsam ranwagen und es gibt ja auch inzwischen gute Agenturen, die WordPress-Seiten im Übrigen quasi im aktuellen Technikstand für einen Makler ausliefern. Also, weil Christoph, glaube ich, ist einer der ganz wenigen, zumindest die ich kenne, die ganz viel an der Seite selber machen, aber auch das ist ja kein Normalfall. Das heißt, zum Thema Inhalte, ja oder nein, da sind wir jetzt vom Thema Nutzerfreundlichkeit ausgegangen, aber es gibt ja noch einen anderen Punkt und damit kommen wir dann auch schon zu der zweiten Frage, die hier noch steht. Wie kommt Ihre Seite denn auf Platz 1 bei Google? Und viel Inhalt, also Inhalte werden ja zum Teil, für den Nutzer geschaffen, oder am besten Fall sollten Sie beides erfüllen, aber natürlich auch für Google. Und damit kommen wir halt in den Bereich, ja, wie wird meine Webseite überhaupt gesehen? Möchtet ihr dazu was sagen? Christoph, vielleicht willst du anfangen diesmal? Ja, also die umfangreichen Texte, die ich bereitstelle, das liegt natürlich auch daran, dass es einfach heißt, Content is King. Das heißt, Google guckt sich an, was wird bereitgestellt und man muss möglichst viele Schlüsselbegriffe verwenden und bestimmte Textlängen angeben, damit Google anfängt, die Seite zu lieben. Und wir können uns ja mal angucken, mit welchen Begriffen beispielsweise, ich gebe nochmal den Bildschirm frei, wenn man auf Google an diese Seite drankommt. Hier haben wir Google. Ich gebe jetzt einfach mal ein, Makler Siegbuch. Ja. Ich bin damit ein bisschen unglücklich, weil wir quasi Platz 1 unter den Anzeigen sind. Ich bin der Meinung, das wird schnell überlesen. Das heißt, da oben geht der Nutzer davon aus, dass Anzeigen verbucht sind. Genau. Können wir kurz nochmal für alle sagen, also der Bereich hier oben sozusagen, den man hier oben sieht, das sind diejenigen, die eben hier eine Anzeige gekauft haben. Und die organischen, so die natürlichen Suchergebnisse fangen dann mit Christoph an. Genau, hier. Genau. Und danach kommen die ganzen Google Places Einträge und dann geht es mit der organischen Suche weiter. Und ich bin zumindest der Meinung, dass die meisten Blicke unter die Places Angaben fallen. Wir haben es so geschafft, dass wir bei Immobilienmakler in Siegburg genau da stehen, wo wir hinwollen, nämlich auf Platz 1 unter oder Platz 2 unter die eigentlichen Ergebnisse von Google Places, wobei sich da oben auch jeder einstragen sollte. Also jeder, der ein Unternehmen in irgendeiner Stadt hat, sei es Makler oder irgendwas anderes, ich glaube, da kommt man nicht drum rum, sich eine vernünftige Seite hier oben einzusetzen. Wir sind im Bereich Suchmaschinenmarketing. Das ist natürlich ein komplexes Thema. Da kann man drei oder fünf Hangouts alleine drüber machen. Machen wir auch noch. Es gibt ein interessantes Tool, das funktioniert in Firefox-Browsern, das heißt SEO-Doktor. Das kann man sich installieren, das ist ein Plugin. Einfach googeln und installieren. Und dann erscheinen hier oben so Fähnchen beispielsweise. Das ist der allererste Schnelltest. Da kann man draufdrücken, dann geht unten ein Fenster auf. Und das sind so die ersten interessanten Hinweise darauf, wie man was programmieren sollte, damit Google die Seite liebt. Ah, okay. Roland hat eine rote Fahne, da darf man noch ein bisschen nachhelfen, aber es ist eigentlich auch schon alles hier grün abgehakt. Nur zwei Sachen müssen noch ein bisschen nachgeholfen werden. Es gibt zum Beispiel diese sogenannten H-Text, der H1-Text ist die Überschrift der Seite. Die sollte einmal vergeben werden und die H2, das sind halt Schlüsselbegriffe, die man an der Stelle verwenden möchte. Es gibt aber noch viel mehr Sachen, die man einstellen muss. Da gibt es die Metadaten, um hier oben zum Beispiel Text einzusetzen. Dann gibt es die Beschreibung, die bei Google in hellgrau angezeigt wird. Das kann man alles einstellen und das sollte man natürlich machen, damit man Google sagt, wie sinnvoll es ist, diese Seite aufzuzeigen. Ich glaube, es gibt eine Liste mit über 80 Punkten, die man einhalten sollte, was das Thema Google-Optimierung angeht. Das kann man nicht alles umsetzen. Es gibt so ein paar wichtige Sachen, da sollte man sich dran halten. Sag mal die zwei, drei wichtigsten Sachen. Ich glaube, das Wichtigste ist die W3C-Konformität. Das bedeutet, man hat einen fehlerfreien Code in HTML oder wie auch immer. Da kann ich auch noch nicht so ganz mithalten. Das heißt, das ist ein Punkt, den habe ich relativ vernachlässigt. Das liegt einfach an dem Thema WordPress. Ganz kurzer Exkurs. WordPress bedeutet, wir teilen den Bereich Aussehen, also Design und den Bereich Inhalt in zwei verschiedene Paar Schuhe und können dem Inhalt immer wieder andere Mäntel anziehen. Das heißt, ich muss die Seite, wenn ich sie neu öffentlich machen will, nicht umschreiben, sondern setze einfach eine andere Optik drauf und habe die gleichen Inhalte da drin. Und diese sogenannten Themes, die sind sehr fehleranfällig in Sachen W3C-Programmierung. Also einen echten, sauberen Code zu hinterlegen, das ist ein Grundstück, da gibt es auch Tools für. Okay, das geht ein bisschen zu weit, weil die meisten werden es über den Dienstleister machen und da müssen sie sich auf den Dienstleister verlassen. Was sind denn aber so nochmal, dann nenn nochmal zwei Punkte, wo jeder auch selber... Ja, wir können ja immer hier reingucken. Also die H-Tech-Programmierung, H1 muss einmal vergeben werden, H2 so viele, wie man will. Also H1 ist die Überschrift, ne? H1 ist die Überschrift, die heißt zum Beispiel bei mir Christoph Bernpol Immobilienmarke und Sachverständiger. Das ist das Ding, was hier in dem orangenen Balken drinsteckt. Und wo vergebe ich das? Jetzt nur einfach mal, damit die anderen das verstehen. Ja, im Quelltext von HTML, aber es gibt, wenn man WordPress benutzt, da besondere Funktionen für. Das heißt, ich schreibe einfach meinen Text und sage, diese Zeichen sollen jetzt als H1 markiert werden. Man sieht das hier unten in der Ecke, da gibt es diese sogenannten Texte in den spitzen Klammern und alles, was dazwischen steht, wird quasi von Google so ausgelesen als besonders wichtig. Okay, das heißt, als normaler Makler würde ich das ja wahrscheinlich nicht selber machen, sondern ich würde dann dieses, diesen SEO-Doc oder wie das heißt, wir werden das auch in unserem Blogartikel, der nachfolgt, dann noch benennen und auch wo Sie das finden. Das heißt, das würde ich dann meinem Dienstleister an die Hand geben mit der Bitte, das doch dann entsprechend auszufüllen. Nicht nur, weil ich glaube, wir sprechen ja gleich noch über das Thema Marker Homepage 2015, da geht es ja sicherlich auch um den Bereich, wir bieten einen eigenen Blog an oder so und auch wenn man Blogbeiträge schreibt, muss man in der Lage sein, die Überschriften und Kennwörter besonders zu markieren und WordPress, wie gesagt, macht das von mehr oder minder ganz alleine. Da steckt ein sogenannter Visivik-Editor hinter, das heißt, what you see is what you get. Man kann also einfach Text bearbeiten, wie man das aus Microsoft Word oder so... Ja, aber Christoph, ich glaube, wir gehen jetzt ein bisschen zu sehr in die technische Richtung, weil ich glaube, das müssen wir, also ich glaube, wenn wir das da an diesem HTML-Text zeigen, das ist wirklich zu kleinteilig jetzt so ein bisschen. Ja, aber diejenigen, die später einen Blog schreiben wollen und dafür, was weiß ich, WordPress oder Joomla oder Typo3 oder was auch immer benutzen, Fakt ist ja, man will, wenn man einen Blog betreibt, diese Inhalte ja selber schreiben und nicht über eine Agentur. Aber du, lass uns erst mal vom Blog weggehen, weil ich glaube, wichtig ist, dass man eben, also man sagt ja eben doch, und darauf wollte ich vielleicht hinaus, dass Inhalte auch durchaus wichtig sind, weil man eben zu bestimmten Keywords dann von Google gefunden wird, die man eben auf verschiedenen Seiten verteilt hat. Und die On-Page-Optimierung ist ja auch nochmal wichtig, also das geht ja auch... Aber wir können, Kriki, wir können das jetzt im technischen Bereich, wir können das jetzt endlos so fortsetzen. Also wir können darüber sprechen, dass deine Google-Relevanz auch was damit zu tun hat, wie viele Backlinks, also sprich, wie viele andere Seiten auf deine Seite verlinken und wie interessant diese Seiten sind, die da gerade auf dich verlinken. Auch das führt ja wiederum dazu, dass du eine andere Sichtbarkeit bekommst. Google entwickelt ja im Übrigen auch Laufen dieses ganze Content-Thema weiter, also welche Relevanz das hat. Und das hat ja zum Beispiel jetzt in den letzten Monaten nochmal... Es gab diverse sogenannte... Also ich glaube, ich weiß nicht, Panda... Wie viel Punkt Null es jetzt zuletzt gegeben hat, der dann wiederum auch die Sichtbarkeit deiner Seite wieder neu sortiert hat, der dann aber auch zum Beispiel dem Seiteninhaber immer wieder, also bei uns ist es zum Beispiel aktuell auch so, immer wieder neue Aufgaben gibt, wo wir dann wieder unsere Hausaufgaben machen müssen, weil dann Google plötzlich meint, bestimmte Dinge wieder anders zu sehen. Aktuellster, letztes Beispiel, Thema Mobile. Google hat beschlossen, dass sämtliche Seiten, die Mobile-Friendly sind, zukünftig A, besonders markiert werden und B, nicht nur, dass sie besonders markiert werden, sie bekommen eben auch eine höhere Relevanz, werden also höher eingeordnet, damit eben der Suchende auf den immer größeren Handhelds, mit denen er durch die Welt rennt, die Inhalte tatsächlich sehen kann. Was übrigens der Makler, wenn er den Link nicht kennt, dieses Mobile-Friendly von Google, das kann man testen, es gibt eine Seite, wo man seine Domain eingeben kann und dann kriegt man von Google quasi sofort die Info, hey, alles gut, oder aber eben, hey, da gibt es ein paar Themen, wo du nacharbeiten musst. Also Mobile-Friendly heißt in dem Fall, ist eure Webseite mobil optimiert, kann man sie auch auf mobilen Endgeräten, also sprich Smartphones oder Tablets lesen. Und ich glaube, auch das wollten wir uns jetzt mal live angucken, wie die Seiten, die wir uns gerade anguckt haben, von Christoph, Roland und von der Schufa, wie die in diesem Test aussehen. Wer möchte den von uns machen? Soll ich es machen? Ich glaube, der ist schon fertig, oder? Der Test? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, bitte, dann mach los. Ich muss es nicht machen, aber jetzt, gut, dann gebe ich meinen Bildschirm frei. Das ist die Seite, Mobile-Friendly, und ich gebe jetzt hier mal campmeyer.com ein. So, hier füge ich die URL ein. Genau, und dann auf die Analyse, und dann läuft der durch. Man sieht es dann, je nachdem, was eine Internetverbindung man hat, relativ schnell, oder auch eben nicht. Das sollte man regelmäßig machen, auch wenn man regelmäßige Arbeiten an der Seite vornimmt, weil wir zum Beispiel auch dann schon zwei- bis dreimal unterschiedliche Ergebnisse herausbekommen haben, weil natürlich auch der Seitenaufbau, wir sprechen ja sicherlich jetzt auch gleich nochmal über das Responsive-Thema, so komplex wird, dass du vielleicht manchmal eine total tolle Idee hast, die dann aber plötzlich dazu führt, dass dann Google das nicht mehr so mag, wie du dir das vielleicht gerade vorgestellt hast. Wollen wir uns mal angucken, wie das aussieht, wenn man seine Seite verkleinert, dann sieht man ja, dass die Inhalte hier mitgehen, und so wird dann diese Seite möglicherweise auf mobilen Endgeräten ausgespielt. Das heißt, man kann immer alle Inhalte lesen, man muss vielleicht ein bisschen mehr scrollen. Also bei mir ist der Test jetzt gerade durchgelaufen, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, weil ich den Bildschirm nicht so groß habe gerade. Warte, soll ich dir den mal eben, Moment, soll ich dich freigeben? So, da muss ich mich hier einmal ausloggen. So. Oh, Roland, du bist ganz weg. Ich bin ganz weg. Ach nee, da bist du, okay. Da, hier, da bist du. So. Awesome, wie der Amerikaner gerne zu allen sagt. So kann man das erkennen im Bildschirm? Ich weiß das nicht. Ja, ein bisschen schlecht. Bei dir wird es irgendwie so groß, wie wir schon im Vorgespräch festgestellt haben. Ich versuche es vielleicht nochmal. Irgendwas ist da ulkig. Aber jetzt hier, da sieht man awesome. Und da steht es. Also das kann jeder testen. Diese Seite werden wir auch in dem Blogartikel und nachher auf der Facebook-Seite und unter dem Google-Plus-Post dann posten, wo jeder den Test selber machen kann. Gucken wir uns jetzt aber mal zum Vergleich die Seite der Schufa an. Da gebe ich nochmal meinen Bildschirm frei. Und wir gucken uns an, wie die funktioniert. Wir gehen auf die, wir hatten ja gesehen, also wir haben Groland-Seite gerade zusammengeschoben und die Inhalte waren trotzdem noch lesbar. Wie sieht es jetzt bei der Schufa aus? Auch hier schiebe ich das jetzt zusammen. Und Sie sehen, die Inhalte verschwinden. Sätze hören mitten im Wort auf. Die Navigation ist nicht mehr klickbar. Diese Seite ist also nicht mobil optimiert. Das Schöne ist, man kann auch die mobilen Seiten so ein bisschen anders aufstellen als die eigentlichen. Wenn du das bei meiner Seite machst, Rigi, da wird man sehen, ab einer gewissen Auflösung verschwindet dieses Hintergrundvideo. Das heißt, ich habe das auf Handys zum Beispiel nicht drin, weil ein Video hat natürlich eine enorme Datenmenge zu laden und wenn jetzt ein User mit seinem iPhone oder so dann online geht, dann hat er keine Lust, darauf zu warten. Dementsprechend habe ich das bei mobiler Ansicht deaktiviert. Ich kann das nicht mal wieder auf die Startseite gehen. So, jetzt glaube ich, der Startseite. Wenn du jetzt zusammenschießt, verschwindet das ab einer gewissen Größe. Ja. Also wir arbeiten mit dem Slider beispielsweise ab einer gewissen Größe mobil dann auch nicht mehr, weil wir den dann wegnehmen. Und das einfach noch, auch von den Ladezeiten, wenn man mobil ist, hat man ja sehr unterschiedliche Datenverbindungen, um das eben entsprechend kürzer zu gestalten. Hier ist er weg, der Slider, ne? Vielleicht. Kriki, wichtig, was nicht mehr ganz aktuell ist, ist, wenn man so eine total abgespeckte mobile Seite macht. Also, das war einmal eine Zeit lang so, dass man gesagt hat, okay, es gibt die sogenannte Hauptseite, also diese Desktop-Seite und es gibt immer noch nach wie vor jede Menge Dienstleister, die das dann anbieten, so eine mobile Webseite zu machen, wo alle möglichen Funktionen fast komplett weggenommen sind, wo man nur noch ganz bestimmte Dinge abrufen kann. Also, das muss ich ganz klar sagen, hat der User erwartet da den gleichen Komfort, als wenn er auf einem Desktop unterwegs ist und dieses Responsive Design hat natürlich eben auch in dieser Komplexität ganz bestimmte Anforderungen, weil jedes Mal, wenn ein neues Endgerät, ein mobiles Endgerät beispielsweise erscheint, muss man sich die Größe und die Auflösung anschauen und dann natürlich auch gucken, wie reagiert jetzt die eigene Website auf dieses Gerät. Das kann man natürlich vernachlässigen vielleicht bei dem einen oder anderen Gerät, weil man sagt, naja, das hat keine Relevanz im Markt, aber beispielsweise das iPhone, jetzt inzwischen iPhone 6 Plus, auch das hat nochmal eine etwas andere Situation für deine Website. Das iPad Air, also das große iPad, wenn man so will, ist sehr, sehr wichtig und man kann ja dann bei Google Analytics, kannst du ja sehen für deine Webseite, wer mit welchen Endgeräten, das ist ja auszulesen, eben auf deine Seite zugreift, was wiederum den Vorteil hat, dass du eben dich dann vielleicht ein bisschen darauf einstellen kannst. Ein bisschen schwierig ist die Android-Welt, weil der Anteil eben von Android-Geräten in der Mobilität ist unglaublich hoch, aber die unterschiedliche Ausrüstung an Hardware, also die Smartphones sind sehr unterschiedlich in ihrer Qualität und auch die Displays haben extrem viele Größen in Verbindung mit der entsprechenden Software da drauf und das macht es natürlich relativ schwierig, dann irgendwann wirklich für alle Geräte dieser Erde quasi deine Inhalte zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen, eigentlich eine mobile Optimierung ist heutzutage, wenn man sich eine neue Website baut, unumgänglich und auch da sollte man sich eben genau überlegen, welchen Komfort, dass der Nutzer mittlerweile auch den Lesekomfort gewöhnt ist und dass man die wichtigsten Informationen eben entsprechend auch dort bereitstellt. Ja, im Grunde genommen alle Informationen bereitstellt, weil du wieder nicht weißt, was er dort abruft. Du musst halt nur dich dann von gewissen Spielereien verabschieden, also zum Beispiel dieses Live-Video-Hintergrund vom Christoph, was würde man eben bei einer mobilen Version, kann man das zwar auch noch machen, also das geht inzwischen, aber da ist ja halt immer die Frage, du rennst ja hier nicht durch Deutschland, die Fragen können wir uns selber beantworten, wie oft hast du denn da oben LTE stehen? In Innenstädten vielleicht eher schon mal, aber wenn du dann mal guckst und bist sonst wo unterwegs, du musst ja immer von dem schlechtesten Fall ausgehen, nie von dem besten Fall und da sind wir wieder am Anfang, was wir gesagt haben, unsere Herausforderung ist die Online-Site der User und die haben manchmal zwischen zwei Zügen genau drei Minuten Zeit, irgendeine Information zu ziehen und wenn du sie nicht bereitstellst, stellt sie garantiert irgendjemand anderes bereit. Genau. Hinzu kommt ja auch, dass Videos zum Beispiel nicht geladen werden, wenn man weniger als 20% auf dem Handy hat, also tatsächlich macht es Sinn, da abzuspecken. Der nächste Punkt auf meiner Liste betrifft die Vernetzung. Klar, wir haben gesagt, die Homepage ist der Mittelpunkt, aber die Inhalte streut ihr ja wahrscheinlich trotzdem über soziale Medien, vernetzt auch mit den Portalen eventuell, wo ihr dann eben eure Objekte auch nochmal eingestellt habt, beziehungsweise von den Portalen holt ihr die Leute ab und leitet sie auf eurer Homepage. Nochmal ganz kurz, wie sieht bei euch diese Vernetzung aus oder wie nutzt ihr zum Beispiel soziale Medien, um eure Inhalte zu pushen oder Leute auf eure Webseite zu holen? Naja, also wir haben ja zum einen die üblichen bekannten Social Networks, also Facebook, Google+, Twitter. Die Verbindung zu diesen drei Netzwerken, die würde ich mal als relevant bezeichnen. Man kann das sicherlich noch ausbauen mit Instagram und Pinterest und was nicht, Foursquare oder da gibt es ja noch ein paar andere Möglichkeiten. Es ist ja halt die Frage, wie wichtig ist es dann tatsächlich? Also ich kenne kaum einen Immobilienmakler beispielsweise, der auf Pinterest, wo man ja so Bilder so schön pinnen kann, der das wirklich pflegt und macht, während in Amerika... Mirko, Mirko macht es, Mirko Kaminski. Genau, Mirko macht es. Also bei Mirko Kaminski bitte da mal hingehen und sich das mal anschauen. Also es sind ganz wenige, die das tun. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Wir machen es nicht oder wir haben mal irgendwann so ein Account angefangen, ohne ihn aber wirklich dann weiterzuführen. Und die Verbindung sieht wie folgt aus. Einmal über den... über die Seite News Blog, also wo wir unsere Blogartikel veröffentlichen. Dort kannst du diesen Artikel eben teilen in die Welt. Also du kannst sagen, auf Facebook, der gefällt mir. Du kannst eben bei Google Plus ihn weitertransportieren oder eben auch bei Twitter verschicken. Was wiederum dazu führt, wir wissen das aus unseren Analyse-Tools heraus. Google misst das auch ausdrücklich. Also welche Interaktion hat meine Seite mit diesen sozialen Netzwerken und da sind eben vor allen Dingen aus Google Sicht natürlich, Google Plus besonders relevant, Facebook und eben auch Twitter und insofern sollte man diese Verbindung auch tatsächlich schaffen. Und du hast natürlich eben, du hast eben Immobilienportale oder auch unsere Immobilienangebote aufgeführt. Das heißt, wenn du ja auf den Immobilienportalen bist, dann kannst du ja eben auch einen Link setzen, je nachdem, wie du das eben einstellst in deinem Immobilienangebot, um dann eben bei uns auf der Seite dann weiterzugucken. Das sind aber dann ja, also bei uns in diesem Falle ja meist konkret Suchende, die das tun. Und ja, da gäbe es, glaube ich, noch einen dritten Block, wenn man so will. Hast du Geschäftspartner, Kunden, mit denen du zusammenarbeitest, wo du die eben bei dir auf der Seite nochmal als Unternehmen präsentierst. Also das wäre auch noch eine Netzwerkarbeit, wenn man so will. Das heißt, da setzt man eben dann gegenseitige Links auf die entsprechende gegenseitige Seite, weil man sich vielleicht miteinander oder gegenseitig empfiehlt. Und auch das ist für Google nochmal eine gewisse Relevanz, also wie viele von diesen echten Links, also ich meine jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Link-Farmen, sondern eben von diesen guten Links, wenn man so will. Google unterscheidet übrigens zwischen guten und weniger guten Links. Die können das, die sehen das, wissen das. und das ist halt auch nochmal für unsere Seite dann relevant. Christoph, willst du zum Abschluss auch nochmal erzählen, wie du deine Seite vernetzt mit den verschiedenen, ja, statt anderen Orten, Plattformen, an denen du im Netz präsent bist? Ja, kurz vorab, wer das gerne mal bei sich testen möchte, wie er da im Moment aufgestellt ist, es gibt die Seite seitwert.de, einfach mal seine URL eintippen und gucken, was passiert. Und wir benutzen halt WordPress, aus benötigten Gründen, können wir gleich nochmal drauf eingehen, hier hat ja auch jemand eine Frage gestellt dazu. WordPress kann eine Besonderheit, da ist eine Technik eingebaut, die heißt RSS. Und dieses RSS-Feed, was da ausgegeben werden kann, das bedeutet, ich kann mit entsprechenden Tools diese ganzen Social Media Plattformen auf Knopfdruck bedienen, ohne dass ich dafür irgendwie Zeit brauche oder sowas. Das heißt, ich schreibe einen neuen Beitrag in WordPress, veröffentliche den auf meiner Seite und sage, der Software, und jetzt schicke den zu Twitter, schicke den zu Facebook, schicke den zu Zing und so weiter und so fort. Und ich muss das nicht mehr manuell machen. Das ist da alles schon... Ja, Social Media Manager natürlich ganz auf Kriegsfuß mit, weil ich halt sage, die persönliche Anstrengung ist auch wichtig. Aber grundsätzlich, klar, erstmal die Möglichkeit steht und du teilst damit natürlich deine Inhalte in die entsprechenden Netzwerke. Wenn wir übrigens so viel über Inhalte sprechen, wir müssen einmal springen, ich habe das eben vergessen, weil wir so viel jetzt über Google geredet haben. Duplicated Content ist, glaube ich, noch ein Stichwort, was wir auch mal in diesem Hangout für immer und ewig auf YouTube, weil Christoph ja nun auch zu den Geschädigten gehört, eben entsprechend sagen können. Also, laienhaft formuliert, das ist halt so, wenn man auf einer Webseite irgendetwas findet, zum Beispiel am Text, was man total interessant und spannend findet, soll ja vorkommen, und kopiert es einfach, ja, also mit der Maus drüber, zack, mitnehmen und baut es bei sich auf der Webseite ein. Findet Google das gar nicht lustig, weil Google sagt, das ist eben doppelter Content, der da plötzlich irgendwo auftaucht. Also, Google kann das lesen und sieht, da gibt es, diese Texte gibt es jetzt plötzlich zweimal. Was übrigens dazu führt, dass der, der das vielleicht mal zuerst geschrieben hat, aber genauso bestraft wird, wie der, der das eben sich dann auf seine Seite da drauf gehauen hat. Das heißt, Google hätte gerne von jedem total kreative, eigenständige Dinge, die eben nicht von anderen Seiten geklaut sind. es macht, man neben den Urheberrechtsverletzungen, ja, die man damit begeht, wenn man also von anderen klaut, das steht ja nochmal auf einem anderen Blatt, straft man im Grunde genommen alle Beteiligten dopt und dreifach, weil dann auch noch eben bestimmte Ranking-Faktoren eintreten und dann beide Seiten zum Beispiel eben plötzlich nach unten abgewertet werden. Christoph, du kannst, ihr Lieben, ganz kurz, ihr müsst euch ein bisschen kurz halten, wir haben noch sechs Minuten, wir haben noch zwei Fragen an der Seite, also Christoph, dann einmal noch zwei Minuten oder drei Minuten und dann nochmal schnell die Fragen beantworten im Endspurt. Okay, ich sage grundsätzlich, das Thema, was Roland angesprochen hat, ist wichtig und korrekt, also abschreiben funktioniert gar nicht, das, also ich bin da auch extrem streng hinterher. Unter Double Content wird aber vielleicht auch noch was anderes verstanden, nämlich wäre das, was Roland erzählt hat, ja grundsätzlich ein Problem, wenn wir über Presseberichte sprechen, das heißt, jemand veröffentlicht einen Pressebericht und dann wird er auf verschiedenen Zeitungen eben abgelichtet und wenn das nun mal der gleiche Text ist, hätten die ja rein theoretisch ein Problem. Ich sage, Double Content ist auch noch was anderes, nämlich kann jeder mal bei sich ausprobieren, ob seine Internetseite mit oder ohne www.erreichbar ist und wenn da letztendlich keine Weiterleitung von mit auf ohne www eingestellt ist, dann haben wir den echten Double Content, dann geht nämlich Google davon aus, dass diese Seite zweimal gespeichert ist und dann wird man noch mehr abgestraft, weil Google einfach davon ausgeht, diese Seite ist zweimal auf dem Markt und wenn man ein kleines Skript, da kann man nach Googlen auf dem FTP-Server hinterlegen, dann passiert es eben nicht mehr und das Tolle bei WordPress ist, das ist direkt schon mit eingebaut. Ich glaube, diese ganzen tollen Tipps, also Christoph hat den Haufen wertvoller Tipps gegeben, die vielleicht aber jetzt so live und eher schwer zu erfassen sind, die hinterlegen wir dann auf dem Blog und sodass sie dann alle darauf zugreifen können. Jetzt haben wir noch fünf Minuten und mit einem Blick auf die Uhr würde ich euch bitten, dass ihr die Fragen nochmal euch vornehmt, zwei Stück haben wir noch. Ja. Und zwar fragt der Günter Link, Herr Bernpol, haben sich, da gehen wir ganz zurück an den Anfang, haben sich denn viele neue Verkäufer oder Vermieter gemeldet? Kommt der normale Kunde mit der Fülle an Infos zurecht? Also nochmal zum Thema Inhalte. Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich so schlecht beantworten kann, weil ich weiß ja nicht, warum spricht das mit dem Telefon? Die Frage ist ja letztendlich so, ich weiß nicht, ob sich jemand gemeldet hatte, der diese Seite in einem anderen Umfang gesehen hätte. Ich sage grundsätzlich, wir haben nicht besonders viele Anbote, wollen wir auch nicht, es ist immer so ungefähr ein Dutzend und die Botschaft, die dahinter steckt, wir kriegen, ja, ich habe, wie soll ich das formulieren, das Problem ist, ich habe nicht den Vergleich, wenn ich diese Information nicht zusammengestellt hätte. Das kann ich nicht antworten. Die Frage kann man nicht antworten. Also es ist eine Entscheidung, die du getroffen hast und du siehst zumindest, dass die Nutzer, die bei dir auf der Seite sind, diese Angebote offensichtlich wahrnehmen. Das kann man ja. Ich glaube, es funktioniert, ja. Die, die das übrigens nicht gut finden, die werden sich beim Christoph niemals melden und sagen, Scheiße, war zu viel Content. Also, geht oder geht nicht. Genau, und das ist ja auch das, was wir eigentlich am Anfang gesagt hatten, jeder muss sich für seinen Weg entscheiden und das, was zu ihm passt. Also, die perfekte Homepage ist es immer nur für mich selber. Dann haben wir noch eine Frage und vielleicht kannst du dazu was sagen. Was ist der beste Anbieter für Homepages? Denn ich denke, Christoph ist ja wahrscheinlich, er baut das alles selber. Ja, aber man hat unterschiedliche Systeme kennengelernt. Ich glaube, es geht nicht um Provider, sondern um das System. Wir haben da ja, ich sage mal, Typo 3 oder WordPress oder Joomla oder... Na ja, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, also WordPress hatten wir ja nun benannt eindeutig, aber ich glaube schon, dass hier auch vielleicht Zuschauer wissen möchten, gibt es jemanden, der sich in der Branche spezialisiert hat, der auch diese Seiten baut? Wisst ihr das? Also, es gibt mehr, es gibt diverse Anbieter, also spontan hier aus der Region, weiß ich, zum Beispiel ist WavePoint, ist mit Sicherheit ein Thema, die solche Lösungen anbieten, aber das könnte man jetzt endlos so fortsetzen. Also, wenn man jemanden sucht, der einem eine Webseite baut, ist es ganz wichtig, es geht nicht nur um das Angebot, also nicht fragen, was kostet. Die Frage kann kein Mensch beantworten. Wenn ich irgendwo anrufe und sage, was kostet eine Webseite, ich kann diese Frage nicht beantworten, dass ich auch nicht beantworten kann. Lange Rede, kurzer Sinn, du musst da hin, du musst gucken, ob der Mensch dich versteht oder die, die das bauen sollen, ob die dich verstehen, ob die deine Sprache sprechen, ob die deine Unternehmensziele verstanden haben und dann kannst du dir überlegen, ob du den beauftragst oder nicht. Baukastensysteme können dann, je nachdem, wie komplex dein Unternehmen ist oder wie vielfältig dein Unternehmen ist, können Baukastensysteme an die Grenzen kommen, müssen sie aber nicht. Also, das kommt so ein bisschen darauf an, auch wo dein eigener Anspruch ist. Ich bin mir sicher, dass es niemanden auf der Welt gibt, der den Christoph zum Beispiel zufriedenstellen könnte als Externer. Das wäre völlig unmöglich. Und insofern muss man da sich ein bisschen ranfassen, aber unbedingt mit dem, im Grunde genommen wie beim Makler, also mit den Menschen beschäftigen und sagen, ist es jemand, mit dem ich klarkomme und danach entscheiden letztendlich, ob das mein Mensch wird, der die Webseite baut. Ich drehe den Spieß noch um. Ich sage, ich habe noch nie eine Agentur an meine Seiten dran gelassen. Ich habe das bisher alles selber gemacht. Und unterm Strich ist es überhaupt keine Kunst. Wenn man so ein bisschen weiß, wie man WordPress installiert, das kann man sich einlesen, und dann sucht man sich ein Theme aus und dann fängt man an zu schreiben und dann ist das Ding online. Nein, also das ist, glaube ich, für den Schuss. Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, das ist wirklich eine besondere Fähigkeit von dir und die meisten haben dafür auch gar keine Zeit. Und bei dir ist es eben, du und Mirko, ihr seid eben diejenigen, die das wirklich selber machen, aber ich glaube, sonst gibt es jede Menge schreckliche Homepages. Also wer ein iPhone bedienen kann, der kann auch WordPress bedienen. Ja, total. Das stimmt. Also Redaktionssystem, WordPress, Hammer. Super, ne? Aber ich würde zum Beispiel auch keine Seiten bauen. Genau. So, wir sind am Ende. Es gibt einen Blogartikel, wie immer geben Sie uns zwei, drei Wochen Zeit, solange brauchen wir um die neue... Nächste Woche. Nächste Woche, ganz wichtig, Christian. Genau, das ist die andere Sache. Artikel geben Sie uns zwei, zwei bis drei Wochen. Nächste Woche, ganz wichtiger Termin, ein Hangout zum brandaktuellen Thema Bestellerprinzip mit Roland, Frank Böckner, der auch gerade den Artikel auf unserem Blog geschrieben hat und Sven Jons, der jahrelange Vorsitzende... Vorsitzende vom IVD, Bundes... Geschäftsführer. Geschäftsführer vom IVD. Also nächste Woche seien Sie dabei, da geht es hier heiß, hier top aktuell. Ja, ich hoffe, wir konnten Ihnen zum Thema Homepage weiterhelfen. Wir freuen uns auf nächste Woche. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Das ist 13 Uhr. Ja, es ist 13 Uhr. Moment, ich muss hier... Aber wir sind noch leider...